Der Terminkalender für Freitag ist prall gefüllt mit spannenden Terminen, auch wieder spannenden Terminen für die Börsianer. In Frankfurt am Main geht es um 9.30 Uhr los mit dem 23. European Banking Congress, das Treffen der internationalen und nationalen Größen der Finanzwirtschaft. Man diskutiert über die Zukunft Europas und mit dabei sind unter anderem der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi, der Chef der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann oder auch der Co-Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank Jürgen Fitschen. Zeitgleich findet in Berlin statt das Führungstreffen Wirtschaft 2013, zweiter Tag. Man spricht dort über Strategien für mehr Wachstum und dort unter anderem mit dabei sind die Vorstandsvorsitzenden von RWE, von Siemens und auch von der Münchner Rückversicherung. Und dann um 10 Uhr gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex für den Monat November. Nach dem kleinen Einbruch im vergangenen Monat Oktober rechnen die meisten Volkswirte mit einem erneuten Anstieg auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Im Schnitt rechnet man mit 107,7 Punkten, nach zuvor 107,4. Also die Stimmung scheint weiterhin richtig gut zu sein, was die deutsche Wirtschaft anbelangt.